Yo Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir, wie du die Botania Mod installieren kannst. Und um die Mod zu installieren, brauchst du Forge für die Version 1.12.2. Die Botania Mod, die neueste Version, ist auch für die Version 1.12.2. Wenn du die Botania Mod allerdings für eine andere Version haben willst, zum Beispiel für 1.10.2, dann solltest du dir auch Forge für die Version 1.10.2 holen. Ich mache das Ganze hier für die Version 1.12.2. Deswegen installiere ich mir Forge auch für die Version 1.12.2. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Da klickst du einfach drauf und klickst dann hier bei Download Recommended auf Windows Installer. Hier auf dieser Seite ist ganz wichtig, dass du nichts anklickst, außer hier oben rechts einfach auf Skip. Und schon beginnt dein Download. Du klickst einfach auf Speichern und Forge für die Version 1.12.2 wird heruntergeladen. Sobald Forge heruntergeladen ist, kannst du einfach diese Seite wieder schließen. Und dann drückst du die Windows-Taste und E und gehst zu deinem Downloads Ordner. Der ist hier. Und hier siehst du schon Forge für die Version 1.12.2. Du klickst es einfach mit einem Doppelklick an. Und hier siehst du den Forge Installer. Sei dir sicher, dass dieser Punkt hier bei Install Client ist. Und dann klickst du auf OK. Und dann wird Forge für die Version 1.12.2 installiert. Hier nochmal auf OK. Und du kannst die beiden Dateien wieder löschen. Denn Forge ist jetzt installiert. Und jetzt installiere ich die Botaniemod. Das Ganze natürlich auch für die Version 1.12.2. Das ist der zweite Link in der Videobeschreibung. Ich klicke einfach hier auf Herunterladen. Oder sollten schon neuere Versionen herausgekommen sein, klickst du einfach hier bei 1.12.2 auf Herunterladen. Und hier brauchst du nichts machen. Hier beginnt der Download nach 5 Sekunden. Du klickst einfach wieder auf Speichern. Sobald die Mod heruntergeladen ist, navigierst du einfach wieder in deinen Downloads Ordner. Du kannst einfach auf diesen kleinen File hier drücken und dann auf In Ordner anzeigen. Und deinen Applausel kannst du nun wieder schließen. Und hier hast du die Botaniemod. Du klickst einfach einen Rechtsblick. Und dann auf Ausschneiden. Du kannst es wieder schließen. Jetzt installiere ich die Botaniemod. Du drückst einfach die Windows-Taste und R. und gibst einen Prozent-Update der Prozent. Prozent kannst du schreiben, indem du Shift und 5 drückst. Und dann schreibt sich ein Prozent. Du drückst einfach auf OK oder eben Enter. Und dann klickst du hier auf den Punkt-Mindschaftsordner. Und hier ist der Mods-Ordner. Sollte der bei dir nicht vorhanden sein, so wie jetzt, dann kannst du einfach einen Rechtsblick machen und eben den Mods-Ordner erstellen. Einfach auf Neu und dann Ordner. Nennst den Mods, also M-O-D-S, alles klein. Und hier rein kopierst du die Botaniemod. Jetzt ist die Mod schon installiert. Du brauchst allerdings noch eine weitere Mod, worauf die Botaniemod basiert. Du klickst einfach den dritten Link in der Videobeschreibung an und lässt dir hier die Borbils-Mod für die Version 1.12.2 einfach herunter. Du klickst auf Herunterladen und wartest dir wieder fünf Sekunden und klickst einfach wieder auf Speichern. Du kannst jetzt wieder auf diesen kleinen Pfeil hier drücken und dann auf Inordner anzeigen. Und du machst dasselbe wie eben gerade. Du klickst einfach einen Rechtsklick, dann auf Ausschneiden, kannst das Ganze wieder schließen, drückst die Windows-Taste und R und gibst einen Prozent-App der der Prozent. Drückst auf OK, gehst in deinen Punkt Minecraft-Ordner und gehst dann in den Mods-Ordner und kopierst mit einem Rechtsklick und einfügen noch die Borbils-Mod hierhin. Und hier unten ist Fort für die Version 1.12.2 ausgewählt. Du klickst einfach auf Spielen. Ich erstelle jetzt eine neue Welt im Kreativ-Modus. Und wenn du jetzt E drückst, dann siehst du hier oben rechts, kannst du auf den Pfeil drücken und du siehst hier die Botaniemod. Wenn du jetzt wissen willst, wie du Optifine mit dieser Mod installierst, dann checkt mal das Tutorial rechts aus. Ansonsten sag ich, hau rein, lernen wir es schon in der Umwelt. Ciao!